ja hallo hier ist der tom von turatec west in aachen in einem unserer letzten clips sind wir schon einmal auf das thema fahrwerke eingegangen wir haben euch erklärt wie wichtig fahrwerks komponenten sind und auch dass diese altern und einem natürlichen verschleiß unterliegen heute haben wir ein ganz tolles angebot für euch das angebot gilt in erster linie mal für die fahrer der r 1200 gs und adventure modelle luftgekühlt das heißt 2004 bis 2012 da bieten wir euch das sogenannte basic set an bestehend aus dem hinteren level 2 federbein und dem vorderen level 1 federbein und damit ich jetzt bloß keine fehler mache für 13 63 73 im angebot und dieses fahrwerk könnt ihr auch bei uns noch vergünstigt in unsere werkstatt einbauen lassen ihr habt noch fragen meldet euch bitte oder schaut hier in den link da sind alle weiteren informationen hinterlegt